Die singt. Oh, ihr wisst nicht was ich habe. Ich liebe White Norse. Ich liebe UK, ich bin style Astral, Astra, Atari. Ich bin wert. Wann Wales haben wir denn heute? 4. Oktober ist wert, verstehst du das? Ich bin sober. Ich bin trocken wie die W web und vernichte komita, verstehst du. Ich bin Clem Schwarzpeter, Rezatazat ist ein Gretas. Der Angriff der Gretas hat begonnen. Ist das ein guter View? Ich kann das nicht sehen, weil ich hab das, weil es regnet, in den Rucksack getan. Ah, ich würde sagen, dass es... Das ist hilfreich. Rezatazat, Kommandant, Rezatat. Frauen sind außer Rand und Wand. Ich bin wert, konstant. Mein Leben niemals was anderes. Ich habe Gegenanleger, ist Automaten natürlich. Mein ganzes Leben niemals was anderes. Das ist schon logisch. Das sind Details. Siehste, ja. Ich bin höher als du, wenn du nicht hast für mich. Und Details sind, dass du unter bist. Alles, was du gegen mich hättest, wäre und ist unter Kontroll. Weißt du, und was ist denn das dagegen? Weißt du, ich halte alles unter, was du gegen mich hättest, ist dagegen. Das ist schon logisch, wenn ich höher bin, ja, dass ich dagegen habe, ja. Wenn ich sage, ich bin höher als der, dann versteht die Polizei, ich hab dagegen. Das ist rules. Ich hörte das aber auch schon tausendmal gesagt, aber auch früher schon. Dass ich dagegen habe, ich hab auch geschickt ohne Ende. Das wurde ja immer vertuscht und in den Schredder geschmissen. Da kann ich nichts für, aber ich bin Schredder. Versässer, yes, Junge. Ich bin Teenage Mutant Hero Turtles Schredder. Yeah, Junge. Yes. Ich nehm doch immer die guten. Ich hab lieber die guten Charaktere, klar. Aber das ist ein Zeichentrick. Da kannst du auch haben, dass Schredder gut ist. Du musst das mal haben, dass alle sind mit. Schredder ist ein guter. So. Ein kleines Kind, vielleicht weiß das noch nicht, dass Schredder ein guter ist. Aber Schredder ist was Besseres. Was sehen Sie? Ja. Ich bin was Besseres. Denn ich bin Schredder. Rezat Hazard. Right complete, kriminell. Vielleicht überstehst du. Dominent und Kriminent. Rezat Hazard. Nein, ich bin nicht groß. Mein Mann. Was, was dir vertiert? Rezat Hazard. Wer hat mich sehr gut genommen. Herr Franz. 4, Razor, Rapstar, me survive, me is alive, staying, having everything, habe die ganze Zeit mein Leben, Kommandant bin ich mir tode. Alles drin, Input ohne Ende, alles. Output, Kontrakt. Ja, ganz, ganz dick und was vorhanden. Der Vorhang geht auf, Razor, Tazan. Du mittel, lauf, wenn du das kannst, bleibst unter die Dublab. Der Bläser habe ich, bin Razor, Tazan, to have to know. Yeah, Stager, verziehst du, dass habe ich? Du darfst, darfst, der Tazan, Razor, hey. Woo! 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 Throw that Bumbo down into the bottom of the top. Razor! Razor! Razor hat Muskeln und Laser und Poppen. Razor ist für wahr? All night! Long and strong! Collecting! Naked Pussies without Tom! Die Zeit als ich Tankers gesammelt habe, das war früher. Kleine Jungs sammeln, übrigens die Haarkummis von den Zweifeln. Du kannst Tanki sammeln. Und wenn du die Frau Tangentierst, popst du sie aber nur in ein Hole. Ich bin Holy, weil die Sekante kommt in zwei Holes und die Passante jetzt wer willst du denn? Bist du ein Richtiger? Die geht vorbei, ja. Das machst du aber nicht, wenn du dein Mann bist. Verstehst du? Alles ist Ficken. Das heißt, die Passante püriert die Frau. Denn sie passiert die Frau und passieren ist pürieren. Safran! Macht! Was ist Safran? Eine Frage. Jetzt kommt das Band. Was ist Safran? Das ist eine Zutat im Kuchen. Was ist denn Safran? Safran macht den Kuchen gel. Ha, 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 ha. Razor Tazza des Rapstar! Was sehst du, Rapstar, Blula Rola. Bistiger Style Designer. Air zu Air, Rapstar. Richtig? Razer sendet, baut Videos, 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 Videos und freistet und sendet an die ganze Welt. Ich bin der große Sender, ich bin wie Merlin, Mer-erlin, ich bin der große neue Zauberer unserer Welt heutzutage. Razer, da, da, Tessor, Wizard, Magic, Spell und das ist heutzutage ein Rapstar. rolls Complete Paradise, Da, Tessor, look at the There is a Color Razer, sir, does understand, slay and seasutage success with snow? So, me pull you through night like snow, my night will misprue den Staubsauger, aber, stop, das ist das dann, nur Frauen saugen, ja eben, sie macht den Haustal schön und saugt an meinem Racer, übrigens Elefanten waren früher Triceratops, Schnatt King Racer, das ist Schnattwarenkönig Racer, was ist denn, die Schnattwarenhandlung ist aber immer noch geöffnet, ich bin ja ja, ich mein, alles immer war, was nicht war, meine, ich bin letterstyle war, ja, da könnt ihr alle was lernen, Racer ist Paläontologe, was ich mein, es war, verstehst du, ich will alles was wert ist, Elefanten waren früher, ne, warte, das stimmt gar nicht, Nashörner waren Triceratops, kennen Sie Triceratops, der läuft immer da lang und hat Hörner, und heutzutage ist das ein Nashorn, das ist wahr, das ist wahr, die Sache, die geh ins Museum, wenn du ein richtiger bist, darfst du Backstage, und wenn du ein Mann bist, dann denkst du jetzt, also du hast das H-Bahn, dass du ins Museum gehst, ja, und da ist eine Frau, die da arbeitet, weil die kannst du tun, und alle, die jetzt gedacht haben, du gehst um, ja, und du fragst da den Typen oder so, das ist ein Mann, mit dem du da redest, wenn du das hast, da bist du auch ein Mann, klar, aber du denkst, ich sage, für dich noch zu viel was besser, ohne so viel richtig, und du musst alles, je mehr du alles hast, desto hebst du alles, ist Senji dann das Gleiche, das ist die Größe dann, du wirst immer größer, ich meine, ich bin so riesengroß, dass ich Weltall bin, und ich hab die Erde, klar, aber das heißt, dass ich die Konflikte Erde begreife, ich find was besser und richtig, ist was Besseres, und das ist das Echte, was besser, verstehst du? Ich geh ins Museum, oder Bibliothek dann, sie haben im Museum, so eine Bibliothek, für paleontologische Angelegenheiten, für Razor, ist das viel, da arbeitet eine Frau, Razor Tazad, right, complete star, yes, 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 alle Frauen freuen sich, Razor Tazad, hört die neuen Juice Titel, seid Rapstar, ja, falls ihr zu das habe, ist, und ich verspreche euch, ihr vom, seid zeitet da, vom anderen höher, für untere, für die ihr hoch seid, ich fick euch alle, und blättere Leuer, ja, ihr seid Teil meiner Mat, Mitarbeiterin von Rapstar, und raft mir immer Jesus, dann. Dann. Kärmer hoch. Tag, der Tor, und dann. Right, come please, step. Weeeey, Razor Tazad, ich bin für sie, THT. Forsteneit, come please. Rade Tazad. Ich würde auch von dieser balanced Gini, die Matze einbübel, als Razor Dish, die Matze liebt. Das kann ich verstehen, weil ich ein kompatenter Casanova bin. Ja, ja, und ihr Frauen seid zum Pinken. Yes, Razor, Blond King, sei es Rapstar, Seiya Stagerstar. Der Step 3 ist, Razor pumpt und baut sich YouTube. Ja, mein erstes Video habe ich angesetzt, Razor ist Rapstar, Multiherzog König Kaiser Gottertag. Razor ist Fotzit, die Razor und das Laser. Ich splittere die Letch Compute Wall mit dem Razor. Das ist das erste Video, was ich angesetzt habe. Und da habe ich verlautbar gemacht, dass ich Rapstar bin, ist für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das bin für TV. Mein Lifestyle ist die ganze Zeit mein Lifestyle, was ich bin. Ich habe Input, alle Musikgenres und Entertainment, noch mehr Zeug und Politik und Justiz etc. Alles Input, was es gibt. Ich habe alle Entertainments wert, sodass ich dann auch alle Musikgenres wert habe. Aber mit dem ersten Video auf YouTube, ich bin Rapstar, habe ich ein Besiegel. Ja, ich bin Rapstar. Was anderes geht nicht mehr, will ich nicht mehr. Weil ja auch nichts anderes mehr geht. Verstehst du? Aber wieso hat sich mein Regeln, Rules, Ruler, Rulen, mein Habern, verstehen Sie? Wie ein riesiger Mechanismus mit tausend Zahnrädern und tausend Musikgenres dafür entschieden, Rap on top zu setzen und dann das Video zu bauen und es online auf YouTube zu setzen für Rapstar. Ja, weil ich ein Stayer Stager, Rapstar, Racer Tazad bin, Riss Decomplete Star. Ich habe Konditionen ohne Ende. Sofort ins Studio, Racer Tazad. Wir schreiben Bücher und das sind Bände. Sofort ins Studio. Sofort ins Studio. Sofort ins Studio. Sofort ins Studio. Das ist das letzte Teil UBC, denn wir haben das ja schon. das Razor, all das, was ich gesagt habe, ist, der nächste Schritt ist tatsächlich, ich bin VivaTV, MTV, alles, Musiksender, PayTV, alles exakt, meine Records kann man kaufen, Tonträger, auf Chip, auf Stick, auf CD, auf Videokassette VHS, auf MC, auf Vinyl, ja, und auf Cella-Platte, und als Special Edition Edition, da kaufst du das Paket, in dem Paket sind einige Stücke Holz drin, Kohle, ein Feuerzeug, und ein Indianer, der macht Rauchzeichen, mein Album. Zeichen, Stellen, das dann darf, was du dann übersetzen musst, das musst du dir dann denken, den Ton. Razor ist, ja, und mir ist das egal, ob du das verstehst, ich bin Razor, und alles, was ich sage, ist richtig für mich, und das bleibt auch, wer was dagegen will, ist für mich runter, ganz normal, ist das. Und ich bin normal, und ganz normal, gleichzeitig, und ich sehe was anderes nicht ein, ja, das ist nämlich die richtige Zahl, ja. Ihr versteht nie, dass ihr nicht irgendwas etablieren könnt mit der Brechstange, ja, denn, du musst da ein System für entwickeln, mit Details, das heißt, Ruler wie ich kommen nach oben. Verstehste? Und jetzt Kohle, und jetzt Kohle, denn 1000 Euro pro Woche ist Geld, und höher. Reset has had right, complete. Das war's. Und jetzt Kohle, denn 1000 Euro pro Woche ist Geld, und höher. Reset has had right, complete. Das war's. Das war's. R iss Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Schnaufe 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 Zwölfelig habe ich gesagt. Ich habe einen 11 gebaut, verstehst du? Jetzt muss ich ein Video bauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja ich habe ja schon eins online, wo ich nur einen rein mache, also weil ich die ganze Zeit rede, ein Wurf, einer rein, ja. Jetzt habe ich 6, ja, ja gut 6, ja, ich bin 6, macht Razor Tazad, richtiger Style Design, dein Rapstar, King Size Zone, ich muss alle Zahlen haben, ja. Stimmt das? Ja, wieso eigentlich nicht gutes Konzept? Ist das ja. Wie nenne ich dieses Video denn dann? Ich nenne das 10, kann ich auch, da mache ich noch 4 rein, ist das 10. Ja, das ist ein Konzept. Nur die ganzen Geschenkleben, die verstehen das nicht und die ganzen Geschenkleben verstehen auch nicht, was ich dagegen habe, wenn ich sage Geschenkleben. Ja. Ja. Ich bin Rules, Wert und Arbeiten und man bekommt über dem Wert geschenkt. Ja, das ist ganz normal, das gönne ich auch allen möglichen Leuten, nur man bekommt nicht zu viel über dem Wert geschenkt. Und welche, die alles geschenkt bekommen, haben keinen Kern. Wenn du alles geschenkt bekommst, bist du kein Erwachsener. Die, die alles geschenkt bekommen, das heißt, dass die nicht Rules können, für Regeln zu sein. Und das heißt, wenn der irgendwas sagt, du musst das behandeln, damit er sich weiter einbilden kann, sonst ist der Gefahr, sprich, der ruft die Polizei, verstehen Sie, das sind die Geschenkleben. Du musst das alles behandeln, was der da für eine Scheiße redet, auch wenn der deinen Wert zerhackt und der entscheidet dann, ob du weg bist oder nicht, weil er ruft die Polizei, wenn er den genug genommen hat, rollt mit dem 30 Minuten und der holt sich, sagt unter Wert gegen dich, wenn du ein Ruler bist, kannst du das nicht behandeln, dann kontrollt sie. Aber der ist nicht einer, der Rules kann, der das dann einsehen kann, das ist keine Schnatt oder so gewesen, dass der dann hat Rules für Regeln, sondern der kann nicht Regeln sein, weil der zu wenige Rules kennt. Der hat Wertzerhacker. Als Rules denkt der viel zu viele und ist daher nicht Rules für Regeln zu sein. Das heißt, sobald du Control bleibe ich, bleibst. Verstehst du? Was ein Satz ist? Sobald du Control bleibst. Ja. Ja, natürlich. Ziehen Sie sich doch mal rein, wie viele Geschenkleben es gibt. Büro steht da, der ist irgendwas. Das nutzt der aus. Nur Büro. Der hat nichts anderes außer Polizei rufen und sagen Büro, wer ich bin. Und dann lügt der irgendeinen Unsinn. Die Polizei muss immer, sage ich, das ist Konzept, das ist für, wir sind Polizei. Wenn einer die Polizei ruft, ja, denjenigen mitnehmen. Razer Tazer tried complete, das ist da. Ja. Verstehen Sie? Weil Sie können nicht vor Ort irgendeinen Schwachsinn erachten und irgendwelche Leute befragen. Das war das immer gegen mich. Verstehen Sie? Irgendein Trottel ruft die Polizei, weil der keine Rules kennt, weil er nicht Regeln ist. Wir sind mit zehn Mann irgendwo draußen. Auch Erwachsene, etc. Weil ich noch klein war, sieben, acht, neun. Ja. Ich habe alles. Ich sage es Ihnen. Ja. Kommt irgendein Trottel auf den Spielplatz. Wir sind da mit vier Mann. Ich bin acht. Ja. Noch ein weiterer, der ist acht mit kleinem Bruder, der ist sechs. Und noch einer, der weiß ich nicht wie alt der war. Auch neun, glaube ich. Oder zehn oder elf sogar schon. Wir wollten den integrieren, weil der war wert. Auf dem Spielplatz. Ja. Früher. Everyday Spielplatz. Yes. Du musst verstehen, was Spielplatz heißt. Weil dann kommt ein toller Trottel, so ein Untergehaltener, alles geschenkt. Null Rules für Regeln. Ja. Mit seiner dummen Frau, die sogar noch für uns hatte. Und das hatte das, der viel zu übertrieben. Wer zerhacken will. Und einer kleinen Tochter wäre auch ne schöne kleine Mathe gewesen. Kann sein. Ja. Kommt aufs Spielplatz. Was wir sind, Regeln. Bei Rules kann der nicht mitmachen, weil der nicht Regeln sein kann, weiß der. Solche wissen das. Solche wissen das. Dass die nicht für Menschen die Regeln sind, Regeln sein können. Weil die zu wenige Rules wissen. Aber die haben einen Bürowert. Und wissen sie, was die dann machen? Dann rufen die die Polizei. Und deswegen muss die Polizei haben, dass derjenige, der die Polizei ruft, mitgenommen wird. Und nicht. Dann können wir uns genug Anzeigen schreiben. Verstehen Sie? Dass ich ein Mensch bin, der ein Wertkonzipator ist. Wichtig für das Land, Deutschland. Und wichtig für den Planeten Erde. Ich bin Universum. Saptat, saptat. Reisat, tazat. Write complete. Twelve. Wird das Video nicht. Bevor ich das zwölf baue, muss ich erst andere Videos bauen, die ich so nenne. Ich habe eins gebaut, das heißt Eleven. Nachschauen. YouTube Razer zum Stand jetzt hat 419 Videos online. Ich komme vor Dezember auf 500, habe ich vor. Ich brauche Geld für Equipment. Dann habe ich Laptop und Online Zugang. Ich setze jeden Tag zwölf Videos online. Ist wahr. Ich produziere auch endlich meine eigenen Beats. Wo ich so einen riesengroßen Kontrakt habe. Schleppe ich mit mir rum für Biest produzieren. Ich habe aber keinen Computer. Denn die Gesellschaft gibt ja lieber Dreckgeld. Anstatt Weltsystematoren. Razer, tazat. Es bleibt kommt nicht da. Jetzt bleibt komplett da. Ich hab' nur Feuer gemacht! Mann! Bin ich Razor Tazard mit Pum so lang? Into anis of inis to heftig nose and my Pum penis pump here down into core into ground. Ihr habt das auf CD in den Schränken stehen bald. Coming soon, Razor TV, Show of Viva TV. Razor Tazard, right comes, yes! King Styles, Rapstar, der König der Überleitungen und der Kronenkönig, der Interviewer. Ich bin der Interviewer Hartmann Schont. Vor mir ein weiterer Prominenter. Und was sage ich? Ich stelle dir keine Frage an. Weil das ist wert, Rules für Regeln seien. Hardbahn, Razor, Tazard, right comes, yes! Ja! Und was ist das jetzt? Ja! 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 Ja- jetzt! 7! Oh oh oh, was heißt 7 überhaupt? Viele denken 7 heißt Himmel, ja. Und dann ist das dann wieder, verstehst du? Man könnte das auch sagen, ich baue einfach 7 ins Himmel, ja. Aber true, was bedeutet für mich denn Himmel? Es ist immer alles zusammen, verstehst du? Du kannst jetzt sagen, 10 ist Leben, ja, ist auch Himmel schön. Weil ich ja alles immer miteinander kombinatet ist, ja. 5 ist Himmel. Habe ich? Ja. Ja, ja. Yes! 7 haben wir jetzt, machen wir 8 is almighty. Wir haben diesen Monat, Oktober, mein Geburtstag. Razer Tazad, Gott hab an. Als jung wirst du denn, Razer. 10.995 Bin ich und ich werde im Oktober, am 18. 10.996 Jahre jung. Razer Tazad. King Size Krone Lab Korrespondent Right Complete Star Hey! Ohoho! 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 Das war der 8. Ja. Razer macht 9 rein. Das ist krach. Yes! Razer Tazad. Razer Razer Richtiger Styler Ich bin der Rules Entertainment Lifestyle King Size Krone Verstehst du das habe ich? Zazad, 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 Razer Will die Fahrzeug um und ohne. Hey! Ich bin die Ikone. Hey! Die Zeit Ikone. Zazad, 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 Razer Die Rap Zone Zerfetzer, Zersetzer und Trenzetter Du bist letzter Ich bin Richtiger Ich bin dein Metzger Step you down into core Yes! Ich bin die Pong Die Bonesaw McRoy Ja! Ich hab Schnattwaran Ich bin Komodowaran Nehme Frauen ran Ein großer Drachan bin ich Ja! Und dein heutige Nashorn War früher Tricerat Ob Sat Ising Wache Yes! Alle beiden Jungs Komm jetzt Lintara Razer Tazad Herz du dich hoch Ich bin Razer Tazad Was bist du? Razer Ich hab mehr IQ Razer Ist hoch für dich Und mehr als du Denn Ich bin mehr als 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 Du Du Weißen Tazad Du hast kein IQ Ich hab mehr höher Verstehst du? Ich bin höher als Ich bin höher als Ihr alle Ich bin der höher Ich bin Razertown Krefeld Rapstar Und das ist derjenige der das baut Das krefeld Das krefeld überhaupt eine stadt sein ist Die so hoch hat Dass sie everyday mtv ist Weil ich nämlich der sender bin Das ist step 2 Step 1 ist mein Leben Ich sammle bin Charger bin Haber und ich sende ist step 2 Step 3 ist ich bin YouTube Step 4 ist Record Record High Stage Skyscraper Record 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 Mein Output Kontrakt ist horrend Viel wert für die Welt Rapstar für Deutschland Der höchste Für die nächsten 60 Jahre Denn das ist der step 4 Verstehst du das? Den ich ja schon habe Ich hab das ja schon alles Verstehst du? Die Karriere Leiter Sprosse für Sprosse Schon nach oben gegangen Mein Wert hat das Es fehlt nur der letzte Schliff Tatsächlich vollzogen Rapstar Für alle Sender Alle Zeitungen Titel Seite Alle Preise Ja Grammy Sagen wir 7000 mal Grammy Is Grazer Ja das ist Grazer der den Grammy hat Is Grazer The Great Fall Razor Ja Is meine Tour Rater Tazad Nein Heißt Friends Ja Aber noch ein weiterer Heißt Ten Verstehst du das? Habe ich Fünf Tennis Tennis Leben Das heißt ich muss noch zwei reinbomben Was ich habe Ich habe den 8 vollzogen Den 9 Habe ich noch nicht rein gemacht Ja Eben Da kommt jetzt noch der 9 Ten Aber ich habe Optionen für dieses Video nennen Verstehste? Tausend Stück Da könnte ich jetzt auch Ten nennen Klar Ten Yes Ich bin der große Rap Star Razor Tazad ist Youtube Razor Tazad das ganze Land schreit Bo Razor nach oben Flo Ja Das ist was sonst Verstehst du? Du musst verstehen Ich meine das natürlich hundert Prozent zu tausend womit war Razor Tazad ist Youtube So viele Videos Alles Ja Warum das alles? Weil ich ein Rap Star bin Für Deutschland und für die Welt Dann ergibt das Ja Wir bauen unseren Planeten Wert Alle Wertsystematoren Das sind wir Stars Die ganzen Frauen Wenn ihr das habt Dass ihr das alles versteht Dass das was Razor alles sagt Dass das richtig ist Und dass das stimmt Das kannst du vielleicht nicht haben Dass du das sagst Wenn du da hingehst oder so Aber du eigentlich habern die Stars Du bist eine Wertführer heißt das Du bist Star Verstehste? Wir bauen immer mehr Stars als vorher Ich bin Star TV Ja Alle meine Gia Meine Frauen Meine Familie Meine Freunde Mitarbeiter Habe ich Star Ganz viele Verstehst du? Das heißt nicht dass du Fernsehen bist Wenn du demokratisch Star bist Verstehst du? Das kann Das muss nicht kann Du bist mit Kann sein Ich baue Entry Für Gala Da steht Kamera TV Habe ich Zehn Frauen mit Habe ich Büro Razor baut auf mit zehn Frauen Ja Links fünf Rechts fünf Und Jeweils daneben Einen Skier Ja Das ist Razor Posse Wir sind die Posse Squad Ja Ich sag's dir Habe ich Büro dass ich das soll Mach ich das Ihr seid mit im TV Du sagst nicht ein Wort aber Du bist aber mit im TV Du wirst gezeigt für zwei Sekunden Star bist du ja schon von vornherein Du musst verstehen dass ich ja aus meinen Frauen Die schon Büros da sind Auswähle welche die mit für TV dann für den Entry Was ich gerade gesagt habe sind So läuft das jetzt mal Verstehst du das? Es ist sehr sehr realistisch Dass du Eine Star War wirst Für Razor Tazad Right complete Produzent Spezialist Management Verstehst du nicht dein Amusement Konzept Seben Verstehst du ja Leute Habern Bauern Überall Realist Pur Weil ich so viele Rules habe Ja Ja Almighty bin ich Ja Ah ne Der unendliche Razor Right complete Zah Ho 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 Ho